Grüßt. Es gibt ja in der Nachricht die Möglichkeit, indem ich einen Rahmen drüber ziehe, dass ich hier einen Punkt schnappen kann und dann kann ich das Ganze, diese Punkte, die innerhalb des Rahmens sind, verschieben. Und die Ursprungspunkte bleiben gleich. Wenn ich aber relativ verschieben will, das heißt, ich sage dann ganz normal den Befehl verschieben, bearbeiten, bewegen, verschieben, also Apfel E oder Störung E, und ich will zum Beispiel von hier nach hier verschieben, also nicht von einem Punkt innerhalb des Fensters aus, dann werden natürlich diese Punkte mitgenommen und dann stimmt der ursprüngliche Anfang nicht mehr überein. Jetzt als kleines Workaround für die ganze Situation. Man konstruiert sich oder kopiert sich den Punkt der relativen Verschiebung, Störung E, Störung Groß E, noch einmal mit rein, das heißt, ich definiere es noch einmal. Wenn ich jetzt von hier nach hier verschiebe, habe ich die Silberverschiebung, die ich hier oben hätte und habe mehr oder weniger ein Workaround für dieses relative Verschieben mit dem Rahmen geschaffen. Gut, schönen Tag.